oh scheiße jetzt muss ich kacken ja ich muss jetzt kacken ich kann keine waffe halten der kollegen ich muss mich kurz abmelden ich muss ich kann keine waffe halten ich muss die armee der armee kann einmal das fahrzeug richtig kanäle von ja dann gucken wir mal auf den ganzen lachs da muss noch mehr ab aber was hast du da für für matten drunter das ist eine richtige motten frisur mal ganzen lachs weg was war das gut wir haben klagen ja wir fahren jetzt schon sagen so schaust auch sehr ansehlich aus die kreis die kreis Die pushen! Der muss kippen! Aussteigen! Aussteigen! Los jetzt! Ich will das hier sehen! Komm mit nach oben! Komm! Jungs ihr müsst jetzt bei euch breit machen auf der Straße und da los jetzt drauf! Ihr müsst euch breit machen jetzt! Oben oben auf dem Berg! Wo seid ihr Jungs? Der muss liegen! Der nächste liegt! Der nächste liegt! Ich muss ziehen! Denkt nach wie ihr da drinnen arbeitet! Denkt nach wie ihr in der Scheune arbeitet! Ich bin der Beste! Woh! Lass raus in die Happy Pampers Haus rein! Ah ich bin der Beste! So die Happy Pampers! Wohin er mal eingefahren! So liebe Beide! Da habe ich ihn doch weggeholt Junge! Junge! Du kleiner Butzi du! So dann fahren wir jetzt hier ran! Wir halten jetzt an und steigen jetzt aus den Fahrzeugen und wir halten gegen! Wir bleiben hinter den Searches! Wir nutzen diese Mauer! Wir werden jetzt schön erstmal reinhauen hier! Haut mal rein in die Kugeln hier! Jetzt werden ein paar Kühe gemolken hier! Ich habe geschlagen! So ihr passt auf hinter uns! Dass nichts kommt! Soweit super! Einfach reinhalten! Schön auf den Bauernhof! Holt euch die Bauern! Ja! Ich nasch mir da auch noch einweg hier! Wunderbar! So jetzt marschieren wir langsam vor! Ihr marschieren langsam vor Leute! Langsam links um! Wir müssen Gas gehen! Wir pushen grad uns! Wir halten grad gegen! Links um vor! Ihr pushen grad uns! Ich weiß jetzt nicht gerade ganz genau! Oh man! Ich weiß jetzt nicht gerade ganz genau! Oh man! Lauf! 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 Ein Heli soll hier auf der Straße landen von uns oder was? Alles klar, dann landet der Heli kurz. Der Heli ist glaube ich gerade abgestürzt. Marco, du kannst denen sagen, dass sie gucken können, aber unser Heli ist gerade abgestürzt hinter der Bank. Ja gut, also sie können sowieso gucken, der Heli ist gerade hinter der Bank abgestürzt. Da haben wir da soweit Verletzte, komm. Lauft einfach über die Scheune rüber, komm. Das ist jetzt unsere Scheune, die holen wir uns, die Scheune. Das ist unser Ding, lauf da vorne, lauf da vorne. Legs rum, legs rum, legs rum, über die Holste, legs rum, legs rum um die Holste rum. Ja, bitte. Ja, ihr macht das super, super weiter, so weiter, 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 weiter. Was macht ihr den Minigern, Digga? Wunderbar macht ihr das, schön weiter nach vorne, ihr bleibt nicht in ihr, ihr rennt, ihr rennt. Was ist los? Geht's? 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 Du Faltenreiniger. Was ist das? Ich mach hier irgendwelche Geräusche, Mensch. Wer? Ja, sie. Ja, war nicht ich, das war der Kleine, der hinten im Kofferraum sitzt. Da machen sie mal auf, wen haben sie, entführt sich hier gerade jemand oder was? Nein, das ist der, das ist der kleine Neffe von meiner, von meiner Ex-Freundin. Und den steckt man in den Kofferraum? Ja, der kann nur Kofferraum leben, der kann nicht auf der Straße leben, der wird sich umbringen. Ah, also, so ein Kellerkind oder was? Hatata Makata! Halt die Fressi jetzt da hinten, du Idiot! Waren Ex-Freundin irgendwie, äh, asiatische Abstammung? Ja, ja, die kamen aus Telonesien. Ne! Ach, klar. I know Henk! Nee, in der Army, Anna. Das ist der Rest, der fehlt. Wir haben hier einen Notfall, muss ich eine schnelle Akku. Und hat mal steigt. Oh nein! Nein, 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 nein nein, 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 nein. Verweiter als 피�fahrerin kann. Nein, tu hasst nicht. Der hat mir so was mitgebracht. Ähm, es... Das war wirklich alles. Das ist mir voll peinlich irgendwie. Also im FIB kann ich dich klagen, ne? Oh, wieso... Wieso kann ich dich aufhören bei so einer Scheiße zu lachen, ne? Oh. 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 Ja, dann mach ich schnell, diggy mehr, dann mach ich schnell, diggy. Ravani, Sweater an, Prada, Big is black. Dicka, ist doch kein Geheimnis, das sie wissen ich bin next. Will zu chippet, nein ich pass, denn ich zeige kein Respekt. Will ich mehr, dann mach ich schnell, diggy.